Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Dyson Staubsauger Akku wechseln und somit natürlich auch gegen einen neuen Ersatz Akku tauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei meinem V8 Modell. Natürlich funktioniert es bei anderen Varianten relativ ähnlich. Und zuerst einmal müssen wir insgesamt drei Schrauben mit einem passenden Schraubendreher lösen. In meinem Fall haben wir hier oben nämlich eine Schraube und hier unten noch zwei weitere. Wenn die Schrauben ab sind, dann am besten mal mit einer Hand den Griff hier oben festhalten und dann können wir nämlich auch schon den Akku so leicht quer nach unten hier herausziehen. Wenn wir uns dann einen neuen Akku zugelegt haben, müssen wir diesen natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge richtig einbauen. Hierfür diesen zuerst einmal von hier unten bei unserem Griff schräg nach oben hineinschieben. Die beiden unteren Schrauben im Uhrzeigersinn wieder mit Gefühl festdrehen. Auch unsere obere wieder. Und wenn wir unseren Staubsauger wieder aufgeladen haben, sollten wir das Ganze natürlich noch auf Funktionen überprüfen. Und somit haben wir auch schon einen Dyson Akku richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Ersatzakku für die verschiedensten Modelle zulegen möchtest oder natürlich auch gleich einen neuen Dyson Akku Staubsauger, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Also kannst du mir gerne einen Daumen nach oben sehen. Also kannst du mir gerne einen Daumen nach oben sehen.